Dynamische Bindung. Wir haben über das Thema dynamische Bindung ja im Kontext von Interfaces und implementierenden Klassen schon gesprochen. Und wir müssen genau das Gleiche jetzt auch nochmal anschauen im Kontext von Vererbungshierarchien. Wenn wir nämlich eine Klasse schreiben, die von einer anderen Basisklasse erbt, dann können wir ja einerseits Funktionalität ererben, die also in der Basisklasse implementiert ist. Wir können andererseits Funktionalität neu hinzufügen, die dann nur in der abgeleiteten Klasse beschrieben ist. Und dann gibt es als Drittes auch noch die Möglichkeit, Funktionalität zu überschreiben, die also neu implementiert wird in der ererbten Klasse, aber die auch schon in der ursprünglichen Klasse implementiert ist. Und daran erkennt man schon, dass wenn man mit einem solchen Objekt einer Klasse, die aus einer Vererbungshierarchie stammt, arbeitet, dann muss die virtuelle Maschine Entscheidungskriterien haben, welche Implementierung denn wie ausgewählt werden soll. Und das Prinzip, das dort zugrunde liegt, ist, dass zunächst einmal das dynamische Objekt natürlich verwendet wird und in dessen Klasse beginnt die Suche nach beispielsweise einer Methode, die aufgerufen werden soll. Nur wenn in dieser Klasse keine passende Implementierung gefunden wird, dann wird entlang der Vererbungshierarchie nach oben gelaufen bis zu einer Klasse, die dann irgendwann die geforderte Funktionalität nachliefert. Auch da ist sichergestellt anhand der Randbedingungen durch den statischen Typ der Variablen, aus der das Objekt stammt und der Anforderungen an die Vererbung, dass auf jeden Fall eine funktionierende Implementierung gefunden wird. Ansonsten hätte schon der Compiler sich vorher beschwert, aber wo genau diese Implementierung zu finden ist, in welcher Klasse ganz konkret, das entscheidet sich erst zur Laufzeit. Und insofern haben wir auch hier wieder eine Form der dynamischen Bindung. Also nochmal zusammengefasst, der Compiler stellt sicher, dass es überhaupt eine Implementierung gibt, vielleicht sogar mehrere. Und die virtuelle Maschine wählt dann aus, welche in einem konkreten Aufruf die richtige ist. Gucken wir uns auch das nochmal in einem Beispiel an, wieder der Speicherzähler im Zusammenspiel mit seiner Basisklasse, dem Zähler. Wir erzeugen hier zunächst mal ein neues Objekt vom Typ Speicherzähler und in dem Fall verwende ich tatsächlich auch als statischen Typ Speicherzähler, damit wir nämlich auch die Methoden aufrufen können, die nur in Speicherzähler bereitgestellt werden. Würden wir aber hier den statischen Typ Zähler verwenden, also die Basisklasse, dann ließen sich tatsächlich genauso die Methoden aufrufen, die eben auch in der Basisklasse implementiert sind. Es ließen sich aber nicht so ohne weiteres die Methoden aufrufen, die es jetzt nur in dem Speicherzähler gibt. Wenn wir jetzt zunächst mal die Methode erhöhen aufrufen, das war eine Implementierung, die wir in Speicherzähler nicht neu gemacht haben. Die folgt also aus dem Zähler. Hier wird also die Implementierung aus Zähler aufgerufen. Speichern gibt es nur im Speicherzähler. Das heißt, hier verwenden wir natürlich die Implementierung aus Speicherzähler. Für Reset springen wir wieder zurück und bei Wiederherstellen haben wir einmal mehr eine Implementierung aus Speicherzähler. Also hier an diesem einfachen Beispiel kann man schon schön erkennen, wie zwischen den verschiedenen Klassen und den Implementierungen darin hin und her gesprungen wird im Rahmen der dynamischen Bindung. Und jetzt gibt es eben noch die Möglichkeit, die ich zwar eben schon angesprochen habe, die wir aber noch nicht uns explizit angeguckt haben, nämlich Methoden zu redefinieren. Das bedeutet, dass wir Methoden aus einer Basisklasse herausgreifen und eine neue Implementierung in der erbenden Klasse umsetzen. Das bedeutet also, die Methodensignatur bleibt genau identisch. Es ändert sich aber die Implementierung. Und damit haben wir also die Möglichkeit, Funktionalität der Basisklasse nicht nur zu erweitern. Das haben wir ja dadurch, dass wir neue Methoden hinzufügen, sondern dass wir bestehende Funktionalität verändern. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir übernehmen also die Signatur der Methode vollständig. Das heißt also insbesondere der Name und die Parameterliste müssen exakt übernommen werden. Sonst sprechen wir nicht von der Redefinition. Der Zugriffsschutz, der darf sich verändern, aber es darf dabei nur eine Lockerung eintreten. Das heißt also, wenn etwas in einer Basisklasse streng geschützt ist, beispielsweise als Private und wir es dann in der abgeleiteten Klasse lockerer Hand haben, also zum Beispiel mit dem Sichtbarkeitsmodifizierer Public, dann ist das in Ordnung. Wir dürfen aber nicht andersrum etwas, was in der Basisklasse etwa als Public deklariert ist, in der abgeleiteten Klasse verbergen, indem wir es als Private markieren. Damit verletzen wir das Prinzip der Vererbung, dass nämlich all die Funktionalität, die die Basisklasse bereitstellt, auch in den erbenden Klassen bereitgestellt werden muss oder dort verfügbar sein muss. Und insofern ist also eine Verstrengerung des Zugriffsschutzes im Ableitungshierarchien nicht erlaubt. Der Ergebnistyp, der muss grundsätzlich erstmal der gleiche sein wie in der ursprünglichen Klasse. Es gibt Sonderfälle, die wir später noch betrachten werden. Wir dürfen dort unter Umständen etwas spezieller werden, wenn wir dann einen Ergebnistyp zurückliefern, der etwas konkreter, aber kompatibel ist zu unserem ursprünglichen Ergebnistyp. Und bezüglich der eigentlichen Implementierung, also all das, was dann im Rumpf der Methode steht, sind wir vollkommen frei. Das heißt, dort haben wir keine Anforderungen relativ zu der Implementierung in der Basisklasse, sofern wir die zuvor besprochene Signatur einhalten. Gucken wir uns das wieder an dem Beispiel an. Wir wollen eine weitere Variante des Zählers implementieren. Jetzt hier ein Zähler mit Anschlag. Und die Idee dieses Zählers ist es, dass er nur bis zu einem festgelegten oberen Grenzwert laufen darf und dort stehen bleiben muss. Das heißt, wenn wir diese obere Grenze erreicht haben, dann dürfen wir nicht weiter nach oben zählen, sondern belassen den Wert von Zähler dort. Und das machen wir in einer neuen Klasse, beschränkter Zähler, die natürlich dann ebenfalls von Zähler erben muss. Wir haben also wieder das Schlüsselwort Extens in dem Kopf der Klassendefinition. Und jetzt wollen wir nun einen solchen Grenzwert definieren. Das heißt, wir brauchen zunächst mal eine Objektvariable. Die können wir hier als Final deklarieren. Wir sagen, das ist also ein konstanter Wert, der einmal festgelegt wird. Die nennen wir Grenze. Und für diesen Grenzwert brauchen wir einen Getter, um abfragen zu können, was denn der aktuelle Grenzwert ist. Und wir initialisieren diesen Grenzwert über den Konstruktor. Aber insbesondere muss dieser Grenzwert natürlich jetzt greifen, wenn wir die Methode Erhöhen aufrufen. Wir wollen ja mit dem Erhöhen jetzt nicht mehr beliebig Erhöhen erlauben, sondern eben nur noch bis zu dem Grenzwert. Und ab da soll keine weitere Veränderung mehr stattfinden. Und genau das sehen wir jetzt hier in der Implementierung von beschränkter Zähler. Wir gehen jetzt mal von oben bis unten durch. Also zunächst mal die Klasse beschränkt der Zähler, erbt von Zähler, Extens Zähler. Und dann haben wir eine zusätzliche Variable-Grenze als privat deklariert. Und im Konstruktor initialisieren wir diese Variable. Da sie als Final deklariert ist, ist sie danach auch unveränderbar. Wir brauchen uns also in dem Fall gar keine Gedanken machen, ob wir dafür einen Setter schreiben wollten. Es würde gar keinen Sinn machen. Wir erlauben aber den lesenden Zugriff von außen. Das machen wir hier mit einem passenden Getter. Und jetzt kommt also die Methode Erhöhen, die ja bereits in Zähler definiert ist. Wir überschreiben diese Methode hier. Wir redefinieren diese Methode. Und im Kern macht sie das Gleiche. Sie nimmt sich den alten Wert und addiert eins dazu und setzt das als neuen Wert. Aber nur unter der Bedingung, dass wir noch nicht unsere obere Grenze erreicht haben. Wenn wir die obere Grenze erreicht haben, dann findet diese Inkrement-Operation nicht mehr statt. Und genau das Gleiche im Prinzip machen wir in dieser Setter-Methode mit Z-Wert. Auch da wollen wir natürlich sicherstellen, dass unser Grenzwert nicht überschritten wird. Und das machen wir in dem Fall so, dass wir überprüfen, ob dieser Wert, der neu gesetzt werden soll, ob der größer ist als unsere definierte Grenze. Wenn ja, dann setzen wir einfach nur die Grenze, also der größte Wert, der erlaubt ist. Und ansonsten setzen wir den Wert, der tatsächlich in dem Setter gesetzt werden soll. Hier übrigens ein schönes Beispiel dafür, warum es Sinn macht, mit Settern zu arbeiten oder Gettern und Settern zu arbeiten. Selbst wenn man mit einem Setter auch schreibenden Zugriff auf Objektvariablen erlaubt. Wenn wir stattdessen die Objektvariablen einfach als Public deklariert hätten, dann könnten wir deren Wert ja auch verändern. Dann könnten wir aber nicht so eine schöne Überprüfung hier durchführen. Das heißt, wir könnten nicht sicherstellen, dass wenn von außen mit dem Setter der Wert verändert wird, dass wir dann trotzdem diese Grenzbedingungen einhalten. Das geht nur, weil wir einen Setter haben, mit dem wir sicherstellen können, dass wir nochmal überprüfen, welcher neue Wert denn da gesetzt werden soll. Ich habe hier noch eine zusätzliche Hilfsmethode eingebaut, erhöhen. Und da soll mit so einer Schrittweite gearbeitet werden, sodass wir also nicht nur in einer Schritten arbeiten, sondern mit einer beliebigen Schrittweite. Und da wir aber dort intern wieder die Setwertmethode verwenden, ist damit sichergestellt, dass wir auch mit Erhöhen unseren Grenzwert nicht überschreiten, sondern maximal den Grenzwert Grenze für unsere variable Wert verwenden. Was heißt das jetzt also genau? Bei dem Redefinieren erben wir oder bei unserem beschränkten Zähler hier erben wir zunächst mal die bekannten Methoden aus unserem Zähler. Erhöhen, Setwert, Getwert, Reset. Die sind natürlich weiterhin alle verfügbar. Und einige davon sind auch weiterhin brauchbar, wie zum Beispiel der Getter. Aber es gibt eben auch einige, die wir nicht so eins zu eins übernehmen können. Bestes Beispiel dafür ist dieses Erhöhen. Und das Erhöhen müssen wir insofern ersetzen. Wir verwenden exakt die gleiche Signatur wie in der Basisklasse. Wir verwenden hier üblicherweise auch wieder diese Add Override Annotation, die wir ja schon kennengelernt haben, als wir über Interfaces und das Implementieren von Interfaces gesprochen haben. Und mit dieser Annotation sagen wir zunächst einmal nur, dass die Methode Erhöhen hier nicht neu definiert wurde, in dem Fall in unserem beschränkten Zähler, sondern dass die Methode schon definiert ist in der Basisklasse, also im Zähler. Und wir hier nur eine neue Implementierung für genau die gleiche Methode nachliefern wollen. Wir dürfen auf die Add Override Annotation auch verzichten. Das hat also keinen Einfluss darauf, ob die dynamische Bindung funktioniert oder ob wir hier die Redefinition machen dürfen. Der entscheidende Vorteil von Add Override ist, dass wir damit sicher gehen können, dass unsere Annahme, dass wir hier etwas überschreiben, tatsächlich auch korrekt ist. Das heißt also, wenn wir Add Override vor eine Methode schreiben, die noch gar nicht weiter oben in der Hierarchie deklariert ist, zum Beispiel, weil wir hier einen Tippfehler gemacht haben in dem Namen der Methode, dann beschwert sich der Compiler und sagt, hier wird nichts überschrieben, sondern das ist tatsächlich eine komplett neue Methode. Und insofern kann man diese Add Override Annotation so ein bisschen als Fehlerkorrektur auch verwenden, aber auch um die Lesbarkeit des Codes zu erhöhen, um nämlich gleich zu signalisieren, aha, das hier ist eine Methode, die redefiniert wird und wo es schon eine andere Implementierung oder mehrere andere Implementierungen weiter oben in der Vererbungshierarchie gibt. Auch hier gucken wir uns das Ganze nochmal in einem Überblick an. Wir vergleichen wieder den Zähler mit dem beschränkten Zähler. In dem Fall haben wir beim Konstruktor jetzt tatsächlich einen expliziten Konstruktor umgesetzt, der also den Grenzwert als Argument erhält, wohingegen wir beim Zähler ja mit dem Default-Konstruktor gearbeitet haben. Wir haben die Wertvariable, die in Zähler definiert ist und dann Grenze, die im beschränkten Zähler definiert ist. Wir kommen an den Wert nicht direkt ran, weil die als Private deklariert ist, aber über den Getter und den Setter können wir dann natürlich auch aus dem beschränkten Zähler darauf zugreifen. Und dann gibt es jetzt einige Methoden, die neu sind. Also einmal hier dieses Erhöhen mit einer Schrittweite. In dem Fall handelt es sich um eine überladene Variante der Methode Erhöhen und diese überladene Variante, die gab es in der Basisklasse noch nicht. Das heißt, hier haben wir keine Redefinition, wohingegen hier oben wir mit dem Erhöhen ohne Argumente genau die gleiche Signatur haben wie in der Basisklasse und insofern redefinieren wir diese Methode. Das gleiche im Übrigen auch bei dem Setter, der ja auch die gleiche Signatur hat wie in der Basisklasse. Die anderen Methoden aus der Basisklasse, die haben wir einfach ererbt. Das heißt, hier liefern wir keine neuen Implementierungen nach. Wir verwenden insofern im Rahmen der dynamischen Bindung dann wieder direkt die Implementierungen, die bereits beim Zähler vorgegeben sind. Ich habe es eben in dem Beispiel schon auf der Tonspur angesprochen. Wir müssen also jetzt unterscheiden zwischen einerseits dem Überladen von Methoden und andererseits dem Redefinieren. Redefinieren war das, was wir bisher hauptsächlich betrachtet haben, nämlich dass wir Methoden, die schon in der Basisklasse sind, mit exakt der gleichen Signatur nochmal in der erbenden Klasse schreiben. Das Überladen hingegen, das kann auch vererbungshierarchieübergreifend funktionieren, wo wir also von der gleichen Methode mehrere Varianten haben, die sich anhand der Parameterliste unterscheiden. Das Prinzip des Überladens haben wir ja schon ganz regulär für die Objektorientierung kennengelernt. Der Unterschied in Vererbungshierarchien ist einfach nur, dass möglicherweise, dass diese überladenen Varianten sich über mehrere Klassen verteilen. Also könnte es eine Variante ohne Parameter in der Basisklasse geben und dann gibt es eine überladene Variante der gleichen Methode, in dem Fall mit einem Parameter in der erbenden Klasse. Das ist dann eben keine Redefinition, weil wir nicht bestehende Implementierungen überschreiben, sondern wir fügen eine neue Implementierung hinzu. Nur verwenden wir den gleichen Namen der Methode und sprechen insofern von Überladen. Und in unserem Beispiel des beschränkten Zählers haben wir jetzt also zwei Methoden erhöhen. Die eine redefiniert die entsprechende Implementierung aus der Basisklasse und die andere überlädt die bestehende Implementierung, indem sie eine weitere Variante der Methode hinzufügt. Wie sieht es jetzt aus mit der Einschränkung? Auch das habe ich schon gesagt. Es ist also nicht erlaubt und auch nicht erwünscht, dass man Funktionalität aus der Basisklasse einschränkt. Es gibt tatsächlich einige Prinzipien der Objektorientierung, die ganz explizit fordern, dass wir mit einer abgeleiteten Klasse immer auch das leisten können müssen, was wir mit der ursprünglichen Basisklasse leisten können wollen. Das heißt also, wenn Funktionalität in der Basisklasse verfügbar ist, dann muss sie auch in der abgeleiteten Klasse möglich sein. Und insofern gibt es konsequenterweise kein Sprachmittel zum Ausblenden erbter Methoden. Was man selbstverständlich machen kann, wäre, dass man in einer abgeleiteten Klasse die Methode überschreibt und dann in dieser Implementierung gar nichts macht oder eine Exception wirft und sagt, bitte verwenden Sie diese Methode nicht. Das ist kein guter Stil. Das ist kein guter Stil der Softwareentwicklung. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Funktionalität, die in der Basisklasse bereits definiert ist, irgendwie unsichtbar machen, überschreiben, sodass sie nicht mehr verwendet wird. Aber wir widersprechen damit den objektorientierten Designprinzipien und insofern wollen wir das natürlich auch nicht machen. Das heißt also, ein abgeleitetes Objekt bietet als Schnittstelle immer all das an, was das Basenklassenobjekt kann. Möglicherweise mehr, wenn wir zusätzliche Funktionalität in der abgeleiteten Klasse haben, aber niemals weniger. Das können wir hier in einem Beispiel nochmal wieder sehen. Wenn wir in unserer Methode erhöhen verbergen wollten in der abgeleiteten Klasse, könnten wir natürlich versuchen, hier einfach die unsichtbar zu machen durch einen Private-Sichtbarkeitsmodifizierer. Zur Erinnerung, die Methode erhöhen in der Klasse Zähler hatte den Sichtbarkeitsmodifizierer Public. Aber damit widersprechen wir eben dem Prinzip, dass die Sichtbarkeit maximal größer werden kann. Und insofern beschwert sich an dieser Stelle direkt der Compiler und verbietet uns eine solche Reduktion der Funktionalität in Form von der Methoden-Redefinition. Wie sieht es jetzt aus mit dem dynamischen Binden, wenn wir über redefinierte Methoden sprechen? Also zunächst einmal wissen wir ja schon, dass abgeleitete Klassen immer kompatibel zu ihren Basisklassen sind. Und das ist ja ein Prinzip, was wir schon bei den Interfaces kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, eine Klasse ist immer kompatibel zu dem Typ der Interfaces, die es implementiert. Und insofern könnte man natürlich auch ein Objekt aus dieser abgeleiteten Klasse an eine Variable binden, die den Typ des Basisklassenobjektes hat. Wir können also ein Basisklassenobjekt an jeder Stelle im Code erst mal ersetzen durch ein entsprechendes Objekt der abgeleiteten Klasse. Und dann haben wir das Prinzip der dynamischen Bindungen. Und zwar nach dem Schema, das wir schon kennengelernt haben. Wir beginnen also mit der Suche nach der Implementierung in dem dynamischen Typ. Das wäre dann in dem Fall der Typ der abgeleiteten Klasse. Dort wird nach einer passenden Implementierung gesucht. Und nur wenn es dort keine gibt, weil beispielsweise eine Methode nicht redefiniert wurde, dann wandern wir in der Färbungshierarchie schrittweise weiter nach oben, bis wir eine passende Implementierung finden. Möglicherweise ja dann doch wieder in der entsprechenden Basisklasse. Am Beispiel unseres beschränkten Zählers sähe das dann so aus, wenn wir also jetzt eine Zählervariable in unserer Veranwendung haben, aber diese Variable jetzt nicht mit einem Zählerobjekt initialisieren, sondern mit einem beschränkter Zählerobjekt initialisieren, dann würden natürlich die Implementierungen erhöhen und Get-Wert dynamisch gebunden. Und insofern wird für dieses Objekt dann auch immer diese Funktionalität aus dem beschränkten Zähler verwendet, wohingegen die Funktionalität, die im beschränkten Zähler nicht drinsteckt, durch die dynamische Bindung weiterhin aus der Basisklasse, aus dem Zähler geholt wird. Und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eben die dynamische Bindung etwas ist, was nur die virtuelle Maschine durchführen kann. Zur Compile-Zeit für den Compiler ist es noch unklar, welche konkreten Implementierungen verwendet werden sollen, was denn die dynamischen Typen der Objekte sein werden, mit denen wir jonglieren. Und insofern kann die dynamische Bindung überhaupt erst zur Laufzeit durch die virtuelle Maschine durchgeführt werden. In dem Beispiel sähe das dann so aus. Wir haben hier also auf der linken Seite als statischen Typ den Zähler für unsere Variable-Zähler. Und wir initialisieren das mit dem dynamischen Typ beschränkter Zähler. Wir arbeiten also mit einem Objekt vom Typ beschränkter Zähler. In dem Fall initialisieren wir es mit dem Wert 5. Das heißt, die Grenze, die obere Grenze für unseren Zähler ist 5. Und wenn wir jetzt wieder unsere Schleife verwenden, die wir ja schon mal verwendet haben, für den regulären Zähler und dann die Methoden erhöhen erhöhen und getWert aufrufen, dann sieht die Ausgabe so aus, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 haben. Hier entspricht das Verhalten dem, was wir auch aus dem regulären Zähler kannten. Ab dann verändert Erhöhen, aber nicht mehr den Zustand des Zählers. Wir bleiben bei unserer Variable Wert mit dem Wert 5. Und insofern erhalten wir dann immer nur die 5 als weitere Ausgaben. Also genau das Verhalten, was man von einem beschränkten Zähler erwarten würde, selbst wenn der statische Typ der Variablen Zähler ist, kann man also schön erkennen, dass hier die dynamische Bindung der Auswahl der Implementierung greift. Ich habe jetzt sehr viel über dynamische Bindungen gesprochen. Tatsächlich gibt es auch einige wenige Dinge in Java, die statisch gebunden werden. Und der Vollständigkeit halber gucken wir uns das noch ganz kurz an. Die Methoden, haben wir jetzt eben gesehen, werden zunächst mal grundsätzlich dynamisch gebunden. Aber es gibt eben einige wenige Ausnahmen, die aber, wenn man mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenkt, eigentlich auch logisch sind. Sodass also unser Grundprinzip der dynamischen Bindung, so wie wir es eingeführt haben, davon gar nicht verletzt wird. Und das sind diese drei Fälle. Zunächst einmal, was ist mit statischen Methoden? Also wenn eine Methode als statisch deklariert ist, dann haben wir ja gesagt, sind das so Klassenmethoden, die gar nicht mehr an einzelne Objekte gekoppelt sind, sondern an Klassen gekoppelt sind. Und diese statischen Methoden haben gar kein Zielobjekt. Üblicherweise rufen wir sie ja auch auf, indem wir sagen, Klassenname, Punkt, Methodenname. Und wenn es kein Zielobjekt gibt, dann gibt es auch keinen dynamischen Typ. Und insofern erübrigt sich die dynamische Bindung. Und deswegen wird hier durch die virtuelle Maschine auch von vornherein immer statisch gebunden. Wir geben die Klasse an, für die wir eine Methode aufrufen wollen. Und folglich verwenden wir dann auch die Implementierung aus dieser Klasse. Was auch nicht dynamisch gebunden wird, sind Konstruktoren. Also wenn wir ein Objekt konstruieren, wenn wir ein Objekt erzeugen mit dem New Operator, dann geben wir ja ganz explizit den Konstruktor an, den wir auch aufrufen wollen. Und dieser Konstruktor wird auf jeden Fall aufgerufen. Da wird keine dynamische Bindung durchgeführt. Wir werden aber gleich noch sehen, dass wir tatsächlich auch den Basisklassenkonstruktor nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir rufen tatsächlich den Basisklassenkonstruktor in jedem Fall automatisch auf. Da werden wir aber gleich noch ein bisschen genauer drauf gucken. Und das dritte Beispiel für Dinge, die statisch gebunden werden, sind private Methoden. Private Methoden sind außerhalb der eigenen Klasse ja sowieso nicht sichtbar. Insofern stehen überhaupt gar keine, stehen sie gar nicht woanders zur Wahl. Und aus dem Grund wird die virtuelle Maschine auch immer private Methoden statisch binden. Da müssen Sie dran denken, wenn Sie in einer abgeleiteten Klasse eine Variante einer privaten Methode nochmal aufgreifen, dann ist das streng genommen keine Redefinition. Dann haben wir zwar zwei Methoden mit den jeweils gleichen Signaturen, sowohl in der Basisklasse als auch in der abgeleiteten Klasse. Aber die beiden gehören nicht zusammen, sondern die gehören dann jeweils immer zu ihrer eigenen Klasse. Und insofern findet da auch keine dynamische Bindung statt, sondern je nachdem, über welches Objekt wir dann da ganz konkret sprechen, müssen wir dann die passende Methode durch statische Bindung auswählen. Und dann ist noch die Frage, wie es mit Objektvariablen aussieht. Und tatsächlich ist es da so, dass die auch immer statisch gebunden werden. Das macht in den meisten Fällen für uns auch keinen Unterschied, kann aber für Verwirrung sorgen, wenn wir in einer Klassenhierarchie die gleiche Objektvariable wiederverwenden. Das heißt also, wenn wir in der Basisklasse eine Objektvariable mit dem gleichen Namen haben, wie in der abgeleiteten Klasse, dann könnte man unter Umständen annehmen, dass wir dort eben auch dynamische Bindungen verwenden und dann vielleicht die Objektvariable verwenden wollen, die in der abgeleiteten Klasse verwendet wird. Aber wenn wir dann den statischen Typ der Basisklasse haben, dann wird eben auch die entsprechende Objektvariable der Basisklasse verwendet. Und insofern ist das eine mögliche Fehlerquelle. Und die einfachste Lösung, um Fehler hier auszuschließen, ist, dass man in einer Vererbungshierarchie Objektvariablen Bezeichner nicht wiederverwendet, dass man also insbesondere nicht in einer Basisklasse den gleichen Bezeichner verwendet, wie in einer abgeleiteten Klasse, weil wir dort eben auch die statische Bindung verwenden und dann häufig oder dann möglicherweise die falsche Variable verändern. Also Daumenregel, schreiben Sie niemals in einer abgeleiteten Klasse eine Objektvariable mit dem gleichen Namen, wie eine Objektvariable irgendwo in der Vererbungshierarchie weiter oben.